so halli hallo willkommen zu einem neuen live stream von diablo 3 in der season 3 am tag 27 bereits muss hier mal kurz pedale wegschieben da ich eben noch ets 2 gespielt habe ich habe das neue wie heißen das ich habe mir das neue skandinavia den dlc geholt und immer ausprobiert mit einer fahrt und ich bin immer noch nicht zufrieden mit der einstellung von meinem da muss ich mal schauen noch mal das gefällt mir immer noch nicht aber ist jetzt aber dass der neue dlc der ja nie heute kam gestern kam der glaube ich genau gestern kam ich habe ihn mir war jetzt heute geholt und mein sound ist ganz schön laut das ist mal die tasse zu jahren holen ja also einfach zu wenig platziert gleich mal hinten spiel hier und das ist ein schmiedeplan den nehmen wir gleich mal mit aber jetzt aktiviert hier haben wir hier haben wir ein ich weiß nicht ob jemand ein auf jemanden nehmen wir das hat ich muss ja vorher jetzt fragen ach anscheinend nicht was haben die denn hier klicken wir drauf ich weiße habe ich das richtig gesehen ja was war das denn da habe ich ja gar nicht mit gerechnet jetzt habe ich gar nicht gesehen jetzt habe ich gar nicht gesehen jetzt sind wir zu spät erst und er hat natürlich alles auf uns drauf gehauen was er hatte versuchte ich Eis und was waren das andere weiß ich jetzt gar nicht das komische elektro kram ist noch wie das jetzt auch heißen möge aber nur gut halt da kommen wir aber eh nicht raus ah fliedermäuse und hier sind wieder ich hoffe meine viecher kommen ich hoffe meine viecher kommen und die haben natürlich wieder alles und die haben natürlich wieder alles ich habe noch keine noch keine opportunisten oder oh schleicht er sich von hinten an und natürlich kommen da gleich die auch noch von hinten das heißt das heißt ich muss hier mal ein bisschen außen vor gehen ich lasse mal meine viecher nach umarbeiten oder sterben na ging aber ich habe eigentlich nichts verloren ich habe eigentlich nichts verloren ich habe eigentlich nichts verloren hier 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 Ich brauche Zeit, ich brauche Mana und ich brauche Geld. So, hier oben ist wahrscheinlich nichts, oh, geht der doch noch ganz schön weit, dann ist das wahrscheinlich diese, wo nur eins ist, also, nur eine einzige Map, oder eine einzige Map. Das ist ja dieser riesen Map. Und die Schraube, was habe ich denn bekommen, ach, nöööö. Unrichtiges Kram, so. Komm ich immer entweder in einer Aufnahme oder in einem Livestream bekomme ich auch eine Nachricht Die Kuscheln da sind Ja heute ist Donnerstag Leider morgen noch kein Wochenende erreicht Darf, nutz, soll arbeiten leider Aber na gut, was was das muss Oh, 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 oh Ach, ein Rubin Nix wert Also schon was wert, aber wir brauchen Hier nicht unbedingt, hä Ach da So, Gold 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 und Silber lieb ich sehr Ganz auch gut gebrauchen Oh 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 Okay Nicht ganz so schlimm Oh Oh Boah, jetzt lass mich doch mal hier hoch Oh Stellt er sich vor den Weg da Ob der hat gesehen Oh 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 ja, oh, 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 oh. ok ich würde gerade sagen er hat aber noch volle verbindung ok das nur komm schon mal herrn und kommen wir kommen auch nicht ich muss nerf 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 dich aber er ist so weit weg nur ich habe doch wieder voll verbindung ein 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 keine Armut Jens, Jens, Kuh durch Verstehe das einer Uuuuh Uuuuh Da ist ne Truhe Gucken wir wieder hin Uuuuh So, wir haben Paragon 130 Da, ich will Wo kommen wir denn hier Down, ja, down Oh, hier ist ein